Hallo und herzlich willkommen bei Afrika Outlook. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Der Sommer hat begonnen und somit auch die Zeit der Festivals. Das heißt viel Musik, Tanz, leckeres Essen, interessante Stände und vor allem ganz viel Leichtigkeit. All das erleben auch die Gäste des Alafia Festivals, welches seit nun 21 Jahren besteht und mittlerweile fester Bestandteil des Hamburger Kulturlebens ist. Doch das kommt nicht von ungefähr, denn hinter den Kulissen bedarf es einer hohen Planung, starker Nerven und vor allem sehr, sehr viel Leidenschaft. Ich spreche heute mit meinen Gästen darüber, wie sie es geschafft haben, das Festival über einen so langen Zeitraum aufrecht zu erhalten, über die Höhen und Tiefen als auch über neue Wege, die gegangen werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Sendung, die da heißt Alafia, Hamburgs ältestes Afrika-Festival im Wandel der Zeit. Meine heutigen Gäste sind zum einen Gerd Heiland. Er ist Mitbegründer des Alafia Festivals und ehemaliger Dramaturg und Lehrer für Deutsch, Geschichte und Theater. Er hat unter anderem gemeinsam mit seiner Ehefrau Angelina Akpovo das Afrika-Festival Hamburg gegründet und zahlreiche Tanztheaterstücke produziert. Als Organisationsleiter und Verantwortlicher für Presse und Booking beim Alafia-Festival bringt er seine langjährige Erfahrung mit ein. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich in der Afrotopia Kulturkirche und ist dort für den Performing Space zuständig. Angelina Akpovo, hier in der Mitte, ist Sängerin, Tänzerin und Lehrerin für Tanz und Gesang und kommt aus dem Benin. Sie lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland und gehört seit langem zum festen Bestandteil des afrikanischen Kulturlebens hier. Mit ihrer Band Yakawumbu tourt sie seit 1984 durch Europa und spielt immer noch zahlreiche Konzerte. Sie ist Leiterin des Alafia-Festivals und mit für das Booking verantwortlich. Und zu guter Letzt an meiner Seite ist Sista Olonturien. Sie kommt ursprünglich aus Sierra Leone und ist eine bekannte Künstlerin und Aktivistin in der Black Community. Sie ist Mitbegründerin von Ariwati, welches seit 2014 besteht und sich verstärkt für Geflüchtete einsetzt. Seit Mai 2022 betreut Ariwati Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Darüber hinaus arbeitet sie eng mit dem Alafia-Festival zusammen und ist dort für das Forumszelt verantwortlich. Ihre Arbeit konzentriert sich darauf, Kunst und Aktivismus zu verbinden, Strategien der Dekolonialisierung zu entwickeln, soziale Ungleichheiten anzugehen und den politischen Diskurs anzuregen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Thank you. Hi. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, das Alafia-Festival zu gründen? Das ist ja jetzt schon 21 Jahre her und vielleicht könnt ihr mir auch schon ein bisschen was dazu erzählen, wie das eigentlich so aufgebaut ist. Okay, wie man sagt, wir Künstler, wir sind immer crazy, weil normalerweise war es so, dass ich mit meinem Band, wir sind immer unterwegs. Und ich glaube, derzeit waren wir unterwegs in Österreich. Und da sagt eine von den Tesserinnen, sag mal, warum müssen wir immer in anderen Ländern und Städten und Festival mitzumachen und nicht in unsere eigene Stadt. Und so haben wir gesagt, okay, das stimmt. Hamburg ist eigentlich ein tolles Ort und eine tolle Stadt, wo man wirklich unsere Black-Kultur präsentieren kann. Und so sind wir in der Idee. Und das hat uns so viel Spaß gemacht, zu lachen und darüber zu diskutieren. Aber bis dahin wissen wir echt noch nicht, ob wir wirklich das machen sollen oder nicht. Weil da war in der Zeit, es ist kein Wochenende, wo ich nicht unterwegs muss mit meinem Band und auch Seminar und so weiter. Und so ein Abend sind wir in unserem Wohnzimmer, Gerhard und ich, und ich sag, eigentlich, das wäre nicht schlecht. Weil es ist so viele Black-People hier und die Leute wissen wenig über Afrika-Kultur. Wenn die Leute hier Afrika hören, sie denken nur an Krieg, Hunger und Huga-Huga. Und Afrika hat mehr. Auf jeden Fall. Weil Afrika ist so reich in Kultur. Und so haben wir gesagt, okay, let's go. Und da habe ich die Sister und andere Team zusammengerufen und gesagt, okay, fangen wir an. Und da sind wir heute jetzt so happy, dass wir doch gemacht haben. Aber das war trotzdem anscheinend. Ich sag ja. Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, Festival zu organisieren, keine Spielerei. Und wie ist das Festival so aufgebaut? Also es gibt ja einmal die Bühne, da wird Musik gespielt, die Stände. Alaphia hat drei Säule. Und ich gebe das weiter an Herr Heiland. Ja gut. Ganz förmlich. Aber im Grunde genommen, ja wie soll man sagen, sitzen die drei Säulen personifiziert eigentlich auch hier. Weil jeder von denen hat so einen Bereich, den er irgendwie verantwortlich, also jetzt irgendwie macht. Also ganz zu Beginn gab es diese drei Säulen nicht. Da gab es Improvisieren und nach dem Motto, wir machen das mal. Und haben irgendwie, wir haben einfach ganz einfach angefangen, ohne Ahnung zu haben. Und es gab dann so eine Sache, das war so insgeheim abgemacht. Wir machen es, aber wir machen Fehler nicht zweimal. Und insofern hat sich das entwickelt von einer Situation. Ach nee, ja. Und eine Angelegenheit war auch noch zentral. Wir wollen kein Festival machen auf einer Wiese, irgendwo anders, so. Sondern haben von vornherein gesagt, wir machen das im Zentrum Hamburgs. Und die erste Idee war auch die Anfangsidee, Ottensah Hauptstraße, das da zu machen. Sonst immer Weihnachtsmarkt. Und da haben wir angefangen, haben das bis 2010 da gemacht. Dann war es alles ein bisschen eng. Und dann, ja, und dann sind wir auch vom Kulturfestival zum Jahrmarkt aufgegradet. Was auch dann finanziell manchmal ein Problem ist. Und sind dann in die große Bergstraße gezogen mit Bruno Teschplatz. Aber wie gesagt, wir haben angefangen mit keine Idee, keine Erfahrung. Doch, eine Idee, ja, keine Erfahrung. Und mit nothing eigentlich. Also auch so ein bisschen naiv, wenn man so will. Was ja dann vielleicht auch eigentlich ganz gut ist, weil man es dann auch vielleicht gar nicht so zerdenkt. Und einfach macht, ohne zu wissen, was da eigentlich alles auf einen zukommt. Genau, das finde ich eigentlich interessant. Weil wenn man alles wissen will, dann ist man auch langweilig. Und dann ist man neugierig, ja. Wie geht man weiter, weißt du? Aber das Wichtige ist, wir sind nach Altona gekommen, weil da leben viele Afrikaner, ja. Und viele Kommandenausländer und Ausländerinnen. Und wir haben gesagt, Altona ist eigentlich der richtige Platz. Weil wir möchten nicht, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir gehst zu den Leuten. Wir nehmen einen Platz, wo alle, alle Menschen, alle von verschiedenen Farben vorbeikommen. Und sogar Leute, die keine Ahnung haben über Afrikaner Kultur. Man auch sichtbar ist, natürlich. Voilà, voilà. Mitten im deutschen Leben, wenn man so will. Was ja auch sehr, sehr schön ist. Genau, genau. Gerhard, du hast eben schon so ein Stichwort gesagt, Finanzen oder finanziell. Weil die Idee zu haben, ist ja das eine. Und klar, ihr seid da auch so ein bisschen naiv drangegangen. Oder auch mit einer Vision einfach. Voller Vision. Das ist ja auch immer alles schön und gut. Aber es muss natürlich auch finanziert werden. Wie stellt man so was an? Naja, also grundsätzlich ist es so, dass wir ja immer von der Kultur, der interkulturellen Projekte gefördert wurden. Zu Beginn sehr üppig und jetzt 2023 ganz mau. Also das muss man einmal sagen. Das war so die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir über den Markt Gelder akquiriert haben. Aber zu Beginn war die Finanzierung eigentlich so, alle Leute haben gearbeitet und keiner hat irgendwas bekommen. Und jeder hat irgendwas mitgebracht. Also das war wirklich sozusagen, der Anfang war nach dem Motto, wir bringen mit, wir schaffen ran. Der eine leiht da was aus, der andere leiht da was aus. Also wir haben das irgendwie, also Geld haben wir zu Beginn gar nicht, das hatten wir nicht im Kopf. Aber dann hat sich das entwickelt. Wir haben die Kulturförderung bekommen. Haben auch Einnahmen generieren können über den Markt, der immer größer wurde. Und damit auch natürlich immer bessere Bands bezahlen konnten. Was wiederum dazu führt, wird das Leute kommen, wir mehr Geld einnehmen. Und so schaukelt sich das auf. Und dann diese übliche Kulturförderung, ein bisschen Sponsoring und so. Und was eben ganz wichtig ist, ist, dass wir die ganze Zeit lang über so stille Sponsoren hatten, die durch einfach unsere Kontakte uns manche Sachen kostenfrei gestellt haben oder günstiger gestellt haben. oder auch wir zum Beispiel, das ist auch eine Finanzierung, wir Bands irgendwie relativ günstig bekommen haben, indem wir dann sie hinterher an andere Festivals weitervermittelt haben. Dafür haben wir dann kein Geld genommen als Agenturprovision, sondern wir haben gesagt, bei uns spielt ihr so und dann besorgen wir euch andere, wie heißt das, Veranstaltungen. Und so hat das funktioniert. Und ihr kennt natürlich auch viele Leute, also durch euren musischen Hintergrund und da kann man dann natürlich auch sein Netzwerk anzapfen. Das ist auch ganz wichtig. Und was ich immer so toll finde von meinen Black-Biopul, Schwester und Bruder, wenn du den brauchst, sie sind wirklich da. Weil ohne den, ohne den Team, wäre der La Fia auch nichts. Ja, weil wir sind 25 Leute und auch verschiedene Kulturen. Und am Anfang, wie Herr Heiland schon gesagt hat, war wirklich, dass... Herr Heiland? Man sieht sich ja interessant. Oder soll ich gerne sagen? Nee, nee. Und ohne den würde Alaphia auch nichts. Was Alaphia heute ist. Weil jeder hat mitgekämpft, jeder hat alles gemacht. Das ist schön gesagt. Und das finde ich wirklich toll. Das ist wirklich wie in Afrika. Eine Hand, das ist die andere. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich in Deutschland. Also was ich auch so in anderen Sendungen mitbekommen habe oder auch so aus meinem eigenen Leben oder aus dem Community-Leben. Manchmal funktioniert es richtig, richtig gut und das ist richtig schön und manchmal überhaupt nicht. Und umso schöner ist es einfach, dass es hier funktioniert hat und auch einfach über so einen langen Zeitraum. Das ist ja nicht nur irgendwie eine einmalige Sache gewesen, sondern 21 Jahre lang. Jetzt im August. Es heißt auch wichtig zu sagen, nicht naiv zu sagen, sondern mutig. Mutig, auf jeden Fall. Das stimmt, das ist ein richtiges Wort. Ohne Mut kannst du nicht machen. Aber gleichzeitig, ob Geld da ist oder nicht, dieser Wunsch, die Kultur zu zeigen und den Leuten zu sagen, wir sind auch da und das ist unsere Kultur. Und ohne Afrika würde auch heute Europa auch mit ihr wertschätzen, auch nicht. Ja, ganz ehrlich. Und deswegen haben wir gesagt, warum nicht Afrika Kultur, auch hier. Aber Afrika Kultur und trotzdem hat man Schwierigkeiten, Sponsor zu finden, die solche Kulturen zu unterstützen. Obwohl Afrika, Walai, Afrika ist ein großer Kontinent und hat so viele Sachen und wir müssen immer weiterkämpfen. Und das ist das Problem. Auf jeden Fall. Aber es hat sich ja bisher immer gelohnt, muss man ja sagen. Und ihr habt es auch schon so ein bisschen erklärt. Ich möchte es aber trotzdem noch mal von euch hören. Was macht das Alafia Festival so besonders? Also mittlerweile gibt es ja auch mehrere Afrika-Festivals. Jetzt natürlich nicht nur in Hamburg, sondern irgendwie Deutschland weit. Aber ihr müsst ja was Besonderes haben, dass man 21 Jahre lang bestehen kann. Ich sage immer, Alafia ist Mutter von allen anderen Festivals hier in Hamburg. Weil wir haben gesagt, wir fangen an. Und am Anfang habe ich gesagt, okay, ich gucke, welche Festival, die noch kommen. Und zum Glück haben wir mit der Zeit neue Festival, Afrika Frühling und Naye Festival, Ambienz und so weiter. Und das ist, und für uns ist es eine Ehre. Weil wir haben gesagt, fängt an. Am Anfang viele haben auch gedacht, oh, Alafia bleibt nur zwei Jahre oder drei Jahre. Aber dass wir so viele Amazone haben. Weil man sagt, ohne Frau läuft nicht. Und besondere afrikanische Frauen, das sind echt... Die starke afrikanische Frauen. Oh, yes. Ja. Und wir haben gesagt, weiter, weiter. Und so ist es gekommen. Und deswegen sage ich, Alafia hat so viele Beispiele gegeben, wo viele andere Festival Mut haben. Und gesagt, okay, probieren wir auch. Und es ist noch nicht alles. Es kommen noch viele andere Festival. Weil vor ein paar Wochen waren Leute aus anderen Ländern und sagten, hier, wir möchten auch unsere Länder auch präsentieren. Weil Alafia ist Black Musik. Es ist nicht nur Afrika, sondern Heritage. Ja, das heißt, Heritage in dem Sinne, Leute aus Kuba, Brasil, weißt du, weil Ursprung von allen diesen Leuten hat zu tun mit Mama Afrika. Ja, und so ist sie mit Alafia gesegnet. Weil Alafia heißt Black P. Peace. Aber eine Sache müsste man vielleicht auch neben dem Ganzen, was Angelina gesagt hat, auch noch mitteilen, ist die Tatsache, dass wir auch schon irgendwie eine relativ große Qualität entwickelt haben. Eine relativ große Qualität, was die Musikauswahl betrifft. Auch da schöpfen wir natürlich aus den ganzen Connections so. Und nicht nur die Qualität der Musikauswahl, sondern wir haben von Anfang an immer darauf gesetzt, dass alle Musik mit vollen Bands spielen. Wir haben dann am Wochenende in der Regel 14 Sets gehabt. Wenn wir junge Künstler entwickelt haben, hatten wir eine Backing-Band, die die hervorragend begleitet hat, sodass wir, das war die eine Sache, dass natürlich Qualität sich irgendwie durchsetzt. Dann haben wir im Umgang, und das ist auch etwas, was man nicht so merkt, aber mit den ganzen Mitarbeitern oder mit den Standbetreibern. Wir haben neben der Tatsache, dass du mit allen Standbetreibern handeln musst, eine gewisse Lässigkeit entwickelt, sodass dann man sich dann mit den Augen zuzwinkert und sagt irgendwie so. Und das war dann auch so irgendwie schon so eine Atmosphäre, die irgendwie damit erzeugt wurde. Also das war nicht so so ein Kampf um etwas. Ein schönes Miteinander irgendwie. Und jeder ist aus dem gleichen Grund da. und auch zum Beispiel, dass wir mitten in Altona waren, wir hatten zwar Polizei da, wir haben nie die Polizei rufen müssen, wir haben nie irgendwie Stress gehabt, wir haben mal Stress gehabt, klar, es gibt so ein paar Leute, die da sitzen und saufen, irgendwie so, aber das hat mit dem Festival nichts zu tun. Also es ist irgendwie so richtig an dem Platz gut durchgegangen. Beim Thema Stress, wo du das jetzt so sagst, das frage ich mich manchmal, wenn ich irgendwie so Kulturfestivals sehe, ob es jetzt ein afrikanisches ist, ein indisches und so weiter und so fort. Das ist dann ja schon irgendwie manchmal vielleicht auch wie so eine Zielscheibe für rechte Leute, die dann vielleicht, weiß ich nicht, das als Grund sehen, etwas zu tun, was man nicht tun sollte. Ist bei euch da mal was vorgekommen oder ist eigentlich immer alles gut gelaufen? Am Anfang, da habe ich auch schon, ich weiß nicht, 2005, wo ich auch schon Stress hatte, einige sogenannte und da haben sie mich beschimpfen, aber ich bin jemand, ich nehme kein Blatt vor Mut. Ich war die erste, die diese Person sagt, ich bin älter als du und diese Art mit mir zu reden, das geht nicht. Und was gut ist, keine, weil ich habe immer vier Männer als gesagt, ich bin Afrikanerin, ich bin stolz, Afrikanerin zu sein und ich höre nur von einer Frau, sie sagt, so etwas sagt man nicht. Zum Beispiel, ich kann nicht sagen, ich bin stolz, deutsch zu sein. Ich sage, das sind deine Probleme. Ja, weil da habe ich auch eine andere Historie. Ja, eben, weißt du, und da kann nicht diese und da war wirklich das erste Mal, wo ich wirklich von jemand, ja, wo sie sagt, du, also mit N-Wort und ich habe diese Person aber immobilisiert, richtig mobilisiert und ich habe ihnen gesagt, du hast geschämpft und danach habe ich gesagt, ey, komm hier und sorry, sorry, sister, weißt du, und da, aber weißt du, es ist Situation, kannst du mit den Leuten reden, aber es ist Situation, kannst du überhaupt nicht und das war nur einmal, habe ich so etwas erlebt, aber nie wieder. Einmal ist ja schlimm genug, aber ist natürlich irgendwie auch schön zu sehen, dass es einfach nicht oft oder einfach auch nicht mehr vorgekommen ist und das ist dann vielleicht auch einfach doch ein sichererer Ort auch für schwarze Menschen geworden ist, hey, wir sind hier präsent, wir sind mitten in Hamburg, wir verstecken uns nicht und dass da dann einfach doch ein gewisser Respekt herrscht oder die Leute sich auch einfach nicht mehr trauen, was ja auch schon viel zeigt. Genau, genau. Wenn ich einmal, sagen wir, also die Leute trauen sich natürlich nicht offen, von Gesicht zu Gesicht etwas zu machen. Was wir natürlich doch gemerkt haben, ist, dieses Getuschel im Hintergrund und wenn ich jetzt sage, dieses Getuschel im Hintergrund ist ein bisschen beschönigend gesprochen, dann doch immer die Anrufe von Anwohnern, von Leuten, die da waren bei der Polizei, die haben nachher gesagt, wir zählen die gar nicht mehr, wir nehmen das gar nicht mehr ernst, so nach dem Motto, was wollen die Afrikaner in der Ottenser Hauptstraße, wenn sie doch in Afrika zum Trommeln an den Strand gehen, also so, das sind so die einen Sachen. Dann die ganze Frage mit Lärm und da nimmt man natürlich, Afrikaner sind laut, nimmst du denn als Argument, um zu sagen, warum bei uns vor der Haustür, also sind irgendwie oftmals so unmerkbare Dinge, so ein bisschen so hintenrum, dass man dann irgendwie die Polizei vorschickt. ins Gesicht, du bist ein Arschloch, hau ab, verpiss dich oder so, aber die rufen dann an, gegebenenfalls noch mit anderen Namen und so, also das haben wir oft bemerkt, wobei wiederum, und das war zum Beispiel so in der Anfangszeit mit dem Leiter des Ortsnamts, Herrn Langbehn, der hat uns da relativ gut von fern gehalten, so dass die dann auch sagten, nee, nee, das nehmen die gar nicht mehr ernst, bei all den Problemen, aber in diesem Zusammenhang war das dann irgendwie schon ganz gut, aber das haben wir auch gemerkt, bis auf Tatsache, die Tatsache, dass wir dann auch persönlich irgendwie mal diskreditiert wurden, nach dem Motto, da wo wir wohnen, das haben wir von Alafia finanziert und so weiter, mäh, sorry. Zumal ihr ja auch gar nicht so viel Geld, also wenn ihr Glück habt, geht ihr ja eher mit Null raus, also was das kostet, genau, also dazu komme ich auch später auf jeden Fall nochmal, genau, das Festival ist ja nicht ganz unpolitisch, es gibt ja das Forumszelt, was von dir geführt wird, wie kam es dazu, gab es das jetzt schon von Anfang an, das Forumszelt, und ja, was passiert dort eigentlich? Ja, das Forumszelt gab es nicht am Anfang, aber ich kann sagen, dass Alafia schon von Anfang an nicht nur ein Kulturfestival ist, ja, weil es ist, es ist von schwarzen, afrikanischen Menschen geführt, und das schon an sich ist eine politische Sache, denn viele andere Sachen sind, ähm, sind nicht so. das ist ein ganz starkes Symbol und Zeichen für Empowerment, das heißt, einen Ort zu kreieren, eine Plattform zu bieten, wo schwarze Menschen teilnehmen können, ja, ich kann sagen, wir sind auch Künstler, ich kann sagen, dass ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich beim Chorleitung einen Auftrag oder irgendwo spielen sollte und die bemerkt haben, dass ich das bin, dann wollten sie nicht mehr, dann wollten sie lieber einen Chor, das der deutsche Pianist führt, ja, und das heißt, als schwarze Menschen ist es nicht einfach, da zu stehen und eigenständig was zu machen. Und das ist so wichtig, gerade wenn einem so viel Ungerechtigkeit, Ungleichheit widerfährt, was Eigenes zu haben, das empowert, ja. Genau, und das ist eine Art von Rassismus, dass viele Menschen sogar unter jemand anders gehen müssen, damit der Band spielt, weil es gibt Vorurteile, wenn das der Bandführer ist, dann kommen die zu spät, dann haben wir lieber jemanden mit weiß oder deutsch, dann weiß ich, ich habe was Gutes. Und von daher fand ich, von Anfang an war Alafia die einzige Plattform, was wirklich schwarz geführte Bands und Projekte ein Plattform gegeben hat. und das heißt sowieso als schwarze Menschen, alles was wir tun ist politisch, weil in jeder Ecke kann es gar nicht sagen, was ist unpolitisch. Ja, weil wir sind immer am kämpfen. Das sind dann auch Sachen, um die es dann in dem Forumszelt sicherlich geht. Letztes Jahr, ich erinnere mich, glaube, das war letztes Jahr, da waren ja auch die ukrainischen Geflüchteten da, da hat glaube ich auch Aufklärungsarbeit stattgefunden, reden und so weiter. Genau, Alaphia oder wenn wir zurückgehen in der Zeit hier von Ton und Bob, da war Alaphia auch eine Plattform, wo wir von der Bühne auch die Menschen aufgeklärt haben und gesagt, da ist irgendwas passiert. Es ist nie gewesen, dass es nur Kultur ist. Und jetzt hat sich der Forum entwickelt über die Jahre. Jetzt wird das von der Black Community Coalition organisiert. Wir haben verschiedene Formate, also das sind auch Vorträge, das sind Lesungen, das sind Workshops, alles findet da in diesem Forum statt. Und sogar letztes Jahr hatten wir sogar eine Protestaktion für die sogenannten Drittländer aus Ukraine. Alle denken, die Geflüchtete aus Ukraine haben sehr viel Support bekommen. Aber da herrscht ja auch eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt die Weißen Ukrainer, ich alles kriegen, was sich alle Geflüchteten gewünscht haben. Und dann gerade die ukrainischen Studenten, die ja aus Drittländern kommen, wie man so sagt, also sagen wir es mal aus afrikanischen Ländern, die schwarz sind, die nicht weiß sind, hatten es sehr, sehr hart. Oder immer noch. Richtig. Und ich kann sogar sagen, Alafia war auch, weil wir wissen, dass es ist schwierig, weil es gibt unterschiedliche Communities und es ist sehr schwierig, wenn man ankommt, Anschluss zu finden. Man hat, wenn da keine Führung ist, dann kommt man an, hast du keinen Anschluss an die deutsche Gesellschaft, die meistens sehr rassistisch ist, du hast aber auch keinen Anschluss an die afrikanische Community, du weißt gar nicht, wo sie sind. Und daher war Alafia letztes Jahr ein sehr wichtiger Ort, wo die jungen afrikanischen Studenten andere Menschen kennengelernt haben. Und es ist ein Platz zum Kennenlernen, zum Austauschen, Networking ist alles da. Und was glaube ich auch wichtig zu erwähnen ist, was ich auch vorhin oder ihr auch vorhin schon gesagt habt, es findet halt nicht am Rand statt, sondern mittendrin, wo auch viele weiße Menschen sind. Und dann kann man sein Anliegen auch noch mal direkt in die weiße Gesellschaft natürlich auch noch mal hereintragen, sage ich jetzt mal. Ja, Wir Afrikaner, wir kennen unsere Kultur, ja, aber wenn wir hier sind, wir möchten, dass die Europäer, die wahre Afrika, und nicht immer diese negative Afrika, sondern positive Afrika, weil die neue Generation, sie denkt wieder ganz andere, und das finde ich wirklich gut, ja, sie nehmen Teil Afrika, Tradition und Teil Modell und ihr eigenes Leben, ja, aber wichtiger ist für uns und für Alavia ist, die Leute, sie sollen einfach aufhören mit dieser ganzen rassistischen Benehmung, dieser Aggressivität, wenn du eine Black People siehst, für viele Europäer, sagen wir, wenn ich Europäer sage, obwohl wir sind in Deutschland, dass diese Leute einen gewissen Respekt gegenüber Black People, ja, weil ich sage immer, du bist hell, ich bin dunkel, aber trotzdem, welche Farbe von Blut fließt in unser Körper. Und man ist auch einfach ein Mensch, und allein weil man schon ein Mensch ist, ein Lebewesen ist, hat man natürlich schon Respekt verdient, das sollte ja eigentlich die Grundvoraussetzung sein. Und gleichzeitig ist dieser Festival ist so, dass die Leute lernen, gemeinsam Black und White, zusammen, einfach sie anschauen und sagen, oh, es ist doch schön, gemeinsam ein Wochenende etwas zu erleben, über Kultur, über Politik und gleichzeitig andere Leute, neue, Afrikaner oder die hier geboren sind oder wie deine Arbeit, dass sie zusammensessen und diese austauschen und ein bisschen ihre alte denken über uns, die Schwarzen, ja, dass wir hier nur unter sozial und das und das zu leben, nein, ich lebe hier und bezahle meine Steuern und alles wie alle anderen, ja, ich gehe zur Schule, ich mache meine Sachen, ich bin Lehrerin auch in der Schule und seit 15 Jahren und warum mache ich das, weil ich möchte auch, dass die Kinder schon in bestimmten Alter lernen, ja, wie geht ich mit Menschen mit anderen Hautfarben. Sehr, sehr wichtig und auch, dass das einfach zur Normalität wird, ne? Das war auch das Ziel, warum ich in der Schule angefangen habe. Ansonsten war ich immer nur unterwegs mit meinem Band und Workshops und solche Sachen, aber wir haben gesehen, unsere neue Generation braucht mehr Erfahrung, mehr Explikation, ich weiß nicht, wie man es in Allemann sagt, Aufklärung, Voila. Genau, natürlich auch mehr Repräsentation braucht man, da bin ich ganz bei dir. Wir machen hier eine kleine Pause, liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der jetzt kommenden musikalischen Unterhaltung, bis gleich. Untertitelung Untertitelung Rudolf! Musik 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 But it says anything and it says that I'm ready to go I'm ready to go, ready to go now I'm ready to go, let's go 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 I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go, let's go I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go, let's go I'm ready to go, let's go I'm ready to go I'm ready to go, let's go I'm ready to go, let's go I'm ready to 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 go, let's go I'm ready to go I'm ready to go, let's go I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go, let's go I'm ready to go I'm ready to go, let's go Ich komm me Ich komme gleich darauf Es war aber auch vorher schon so Alavi-Erfolgreich war Fluch und Segen zugleich Was sind wir vom Kulturfestival zum Jahrmarkt hochgestuft worden Was eine andere Form von Gebühren, die wir zahlen mussten Andere Auflagen und so weiter Das ist alles irgendwie okay Und dann gab es also, wie gesagt, diese ganze Auflagensituation. Das wurde dann immer knapper, weil irgendwie auch dann schon eigentlich die Förderung seitens der Kulturwürde, interkulturelle Projekte, immer geringer wurde. Und das war dann offensichtlich so nach dem Motto, Alafia ist erfolgreich, also brauchen Sie keine Kulturförderung. Also wurde es reduziert. Die Stadtbezirk Alton hat gedacht, Afrika ist Alafia erfolgreich, also können wir die Gebühren erhöhen. Das ist dann so, nicht, das ist so Fluch und Segen zugleich. Und das Problem wird jetzt nach Corona 2022 und 2023 noch viel bedeutsamer. Das ist echt so, das ist schon ein relativ großer Unterschied. Dass wir also nach Corona 2022 eine Situation haben, dass wir im Durchschnitt alle Gebühren und Gewerke, wenn man das mal so guckt, eine Erhöhung von 22 bis 27 Prozent hatten. Das ist schon nicht unerheblich. Ordentlich. Das ist ordentlich. Und dann gleichzeitig ist die Kulturförderung geringer geworden. Und dann gibt es den sonderbaren Wahnsinn irgendwie 2022, dass wir vom Bezirk Altona eine Kulturförderung bekommen. Den Betrag, den wir aber als Flächennutzung in Altona zahlen müssen, ist deutlich höher als die Kulturförderung, die wir von Altona bekommen. Dann funktioniert das alles natürlich nicht mehr. Das ist jetzt nur ein Beispiel irgendwie so, nicht? Und dadurch ist Alaphia schon in eine finanziell echt enge Lage gekommen. So, weil wir auf der einen Seite am Musikprogramm festhalten wollten und nach Corona eben auch viele Händler nicht mehr da waren. Und zwar dann ist die Fläche, also so mussten wir trotzdem gleich bezahlen, weil von da bis da, aber die ist nicht mehr so besetzt gewesen. Und das sind dann die Einnahmen geringer, die wir dann für das Bühnenprogramm benutzen und so weiter. Und dann ist das so eine Gemengelage. Ja, ein Rattenschwanz einfach. Ja, ein Rattenschwanz. Sodass 2022 finanziell echt, na sagen wir es mal so, ab in die Substanz hart gegangen ist. Irgendwie so etwas so. Und das wird 2023 nicht besser werden. Ja, eine harte oder schwere Lage, sagen wir es mal so. Ja, wenn alles teurer wird und es vorne und hinten nicht mehr passt, muss man natürlich nach anderen Wegen suchen, wie man es trotzdem möglich machen kann. Weil ich auch einfach merke, dass ihr immer noch wollt. Und wie macht man das? Weil man muss dann natürlich an anderer Stelle irgendwie entweder mehr Geld einnehmen oder an einer anderen Stelle irgendwie sparen. Vielleicht darf ich noch einmal ganz kurz was von der Weg. Auch noch mal, also jetzt 2023. Wollten wir Alaphia ja auch in Altona Open Air machen. So, wir haben ganz normal dieselben Anträge gestellt. Und schwupps ist auch die Förderung 2023 seitens der Kulturbehörde wieder um mehr als 20% gesunken. Und jetzt hast du natürlich 2023 schon die Idee, ah, also eine Grundförderung, also wir wollen nicht sagen, dass Festivals immer von Förderung abhängig sind, aber das gibt einen bestimmten Grundstock. Und du weißt genau, dass die Anmeldesituation der Händler 2023 immer geringer wird. Also das ist so, und das weißt du von vornherein, das siehst du schon. Und dann ist es vollkommen sinnfällig, in so einer Situation sich nach einer Alternative zu überlegen, nach einer Alternative zu suchen und gleichzeitig dann vielleicht die Situation zu nutzen, lass uns noch mal überlegen, wo soll Alaphia eigentlich hingehen. Und deswegen nehmen wir 2023 im Afrotopia erst mal als Break, machen das, um das aufrechtzuerhalten. Und so. Und da, Entschuldigung, da muss man auch sehen, dass die Händler, da sind Leute, sie kämpfen auch für ihr Leben. Und man kann nicht immer die Gebühr, das geht nicht. Und drücken und drücken, ne? Also... Deswegen auch bei unseres Ziels ist wirklich, dass auf diese afrikanische Markt kommen, kommt wirklich, soll wirklich nur, wirklich viele Afrikaner kommen. Und die Leute sollen ja auch gerne kommen. Und nicht irgendwie notgedrungen. Und dann geht man da mit einem fetten Minus raus. Und das hat sich nicht gelohnt. Da hat man natürlich auch für sich selber einen Anspruch und auch irgendwo eine Verantwortung, auf jeden Fall. Genau, genau. Wie könnte, also sieht es denn jetzt künftig aus? Also es findet dann im Afrotopia statt, wird es dann weiterhin kostenlos sein, weil bisher konnte man ja einfach irgendwie aus Alafia gehen, ohne Eintritt zu bezahlen. Und das Afrotopia ist natürlich ein geschlossenes Haus, was dann natürlich auch neue Möglichkeiten bietet. Auf jeden Fall für alle Fans, alle Hamburger und so weiter. Wir lassen Alafia immer kostenlos, Eintritt frei. Es ist wichtig, weißt du. Aber gleichzeitig, wir wünschen uns, weil ich sehe, Hamburg ist der einzige Ort, wo mit afrikanischer Musik und so weiter offen ist. Zum Beispiel München, andere Städte, sie haben Saun. Es wird geschlossen und die Leute zahlen und kommen rein. Und hier bei uns in Altona, wo willst du eine Saun bauen? Und da haben wir gesagt... Ich wäre mal geschlossen. Und wir möchten lieber, dass dieses Mal bei Afrotopia, dass die Leute einfach kommen, Eintritt frei wie immer. Und dann werden wir trotzdem ein Torf da setzen als Spendung. Weil wir möchten wirklich, dass wir genug Spendung bekommen, damit nächstes Jahr diese Opener noch mehr, ihre Kraft wieder einsetzen. Das ist schön. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir, weil wir so und so mit dem Afrotopia zusammen haben, dann auch dankbar sind, dass wir da die Möglichkeit haben. Gleichzeitig ist es so, dass wir dann auch denken, also wenn es das dort ist, dass wir dann auch ein bisschen, mal Zeit zum Überlegen haben, ein bisschen mehr Qualität auf die Musik legen. Und etwas intensiver das Forum Alaphia machen, weil wir Indoor sind, weil wir dort verschiedene Räume haben. Und wir dann diesen ganzen Markt irgendwie, der auch ganz viel Energie nimmt, dass wir den klein halten. Es werden kleine Stände geben, wird kleine Stände. Zur Verkostigung dann so neue, junge Entrepreneur, die werden dort sicherlich sein. So, dass wir da irgendwie erst mal eine Reduzierung vornehmen, uns unsere Kräfte auf diese anderen beiden Dinge irgendwie legen. Bisschen Qualität der Musik, Indoor, auch dann vielleicht nicht unbedingt immer 12, 14. Die Summe macht auch nicht immer Qualität, dass wir da so ein bisschen beigehen. Und dann eben auch tatsächlich das Forum Alaphia, was so ein Teil als Name, dass wir das stärker aufbauen, um irgendwie auch dann zu sagen, dann denken wir einfach mehr nach. Was ja noch nie geschadet hat. Nein, das hat noch geschadet. Ja, ich glaube sogar, dass diesmal ist es auch gut für uns, damit wir nächstes Jahr neue Ideen, weil wir möchten auch neue Ideen. Weil, ey, meine Liebe, nach 20 Jahren, und jetzt sind wir in unseren 21 Jahren, da möchte man auch neue Ideen. Was Neues, Frisches. Weil es hat sich ja in den letzten 20 Jahren, es hat sich natürlich hier und da verändert, aber es gab keinen signifikanten Cut. Und das ist jetzt, glaube ich, so der größte Cut. Neues Setting. Voilà, voilà. Und das ist so wichtig für uns. Und das ist dieses Mal, das meinte ich am Anfang, gemütlich. Ja, die Händler sind da, nicht so voll wie bei Altona, bei Altona, unsere Alapia in Altona, sondern gemütlich wie, ja, wie zu Hause. Ja, und die inneren Musiker, die Leute singen, zusammen tanzen und, weißt du, und Diskussion, Forum, kommen die Leute, sich hin, konzentrieren und hören. Und deswegen sage ich, ich bin happy. Weil endlich, na ja, ich bin auch nicht nur die Nüste. Man unterschätzt immer die Arbeit, was so ein Festival braucht. Oh ja. Was so ein Festival braucht. Schnell romantisiert. Und ach, wir machen Festival, so ging es euch am Anfang ja auch. Ach, wir machen unser eigenes Festival. Was ich gerne noch wissen würde von dir, und zwar, also das Forum, das wird größer. Und jetzt sind natürlich auch, also vorher war es ja mitten in Altona, natürlich auch viele weiße Menschen. Jeder kann kommen. Also da ist ja die Fußgängerzone. Und jetzt ist es natürlich eher in einem geschlossenen Rahmen, in einem Haus der schwarzen Community. Würdet ihr das dann auch ein bisschen mehr als Safe Space verstehen? Ist das überhaupt möglich? Ich würde nicht sagen, ein Safe Space. Es ist ein offenes Space diesmal. Aber auch in diesem offenen Space wird es Möglichkeiten geben, dass man bestimmte Safe Spaces kreiert. Also das Festival ein Ganzes ist offen. Alle sind willkommen. Aber es wird da auch Safe Spaces geben. Ja, in bestimmten Formaten oder Programmen werden da Raum sein, wo schwarze Menschen austauschen können, in einem sicheren Ort. Das ist eine schöne Idee, weil das bisher ja auch so gar nicht möglich war oder man hätte ein gesondertes Zelt haben müssen. Und im Afrotopia sind natürlich auch die Räumlichkeiten gegeben, dann vielleicht separaten Workshops zu machen oder wie auch immer. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich es auch an sich interessant fand, dass es irgendwie relativ wenig Übergriffe gab und das auch so gut angenommen wurde. Und dann ist das natürlich im Afrotopia auch noch mal eine ganz andere Atmosphäre und sicherlich auch noch mal ein ganz anderes Level an Respekt. Weil ich komme hier an einen Ort der schwarzen Community und ich entscheide mich bewusst, dahin zu gehen. Und das meinte ich, man fühlt sich wie zu Hause. Weil Afrotopia für mich, wenn ich reinkomme, ich habe das Gefühl, ich bin wieder irgendwo in Afrika. Diese Atmosphäre, diese Menschen, weißt du, das ist einfach schön. Das ist richtig schön, ja. Weißt du, und da drin können wir uns mir zeigen. Ich kann wirklich alles machen, was ich will. Dann ist das Open Air, musst du schon bestimmte Sachen respektieren. Auf jeden Fall. Und die Musik, wird sich da dran was ändern? Nee. Nee. Da kommen die, wie wir immer gemacht haben, gute Musiker, Qualität und so weiter. Und die Becky Band, wir sagen immer, wenn sie Küssler, sie sind Solo, sie haben keine Band, wegen unserer Alaphia Becky Band haben sie die Möglichkeit, sie zu präsentieren. Weil wir möchten wirklich schon, dass die neue Generation mehr rauskommt, ja, und zeigen. Und öfter ist wirklich hier, dass viele junge Leute, sie können Wallai so gut singen, aber sie haben keinen Support. Und das ist das Ziel von Alaphia, viel mit diesen jungen Leuten noch mehr, damit sie noch mehr rauskommen und ihre Power und ihre Kreativität zeigen. Also das Reis an dem Tag ist alles. Es gibt keine großen Unterschiede von Opener, von Indoor und Outdoor. Ihr habt vorhin auch so ein bisschen über Hürden gesprochen, also so über Ärgernisse, wie, dass die Preise teurer werden. Genau, aber, also und in der Vergangenheit war es natürlich auch nicht immer leicht, so ein Festival zu veranstalten. Gerd hat mal gesagt, so den Festival, Wolf oder Kater, dass man danach einfach nur noch fertig ist und nicht mehr will und nicht mehr kann und sich fragt, warum mache ich das überhaupt? Aber ihr macht ja trotzdem weiter, weil ihr hättet ja theoretisch auch sagen können, okay, das war es jetzt, jetzt reicht es auch mal. Was treibt euch eigentlich an? Vielleicht habt ihr da auch so persönliche Erinnerungen, wo ihr gerne daran zurückdenkt und denkt, boah, das war so schön und jedes Mal, wenn ich daran denke, dann will ich es immer und immer wieder machen, das Alaphia Festival. Also ich, meine große Erinnerung, und die bleibt immer bei mir, war wirklich, ich war auf der Bühne, da kam ein Bruder und ich fing an mit ihm zu reden, bis ich kapiert habe, dass er kommt aus Haiti. Weil ich habe gesagt, ey Bruder, und dann habe ich, ja, und in Afrika, von hier kommst du genau. Sie sagt, yes, ich bin Afrikaner, aber ich bin in ein anderes Land geboren und ich bin so glücklich, hier zu sein. Weil echt, ganz einfach, am Anfang habe ich, wenn ich sehe, so viele Leute, bis die Leute sagen, nee, ich komme aus Kuba, ich komme aus Karibik, ich komme dies und dies. und das war wirklich, was mich eigentlich weiterzieht, dieses Festival weiterzumachen, weil du begegst dich auch mit, deinen Brüdern und Sisters von anderen Ländern. Und wie ich schon gesagt habe, ob das Karibik oder Lateinamerika und so weiter, unser Ursprung ist Afrika, Mama Afrika. Und das ist so schön, wenn die Leute selber sich freuen, diese Kultur einmal zu erleben. Und das Interessante ist auch, es war eine Gruppe, ich weiß nicht, ob Kuba oder Brasilien war, und sie haben bei ihrer Musik noch diese alte Yoruba-Sprache gesprochen. Und normalerweise zu Hause, da sind die Schamane, ja, und die Schamane und Schamannerinnen, die diese alte Yoruba noch sprechen. Und ich habe so gemacht, und ich habe gesagt, ich sehe eigentlich, was ihr da sagt. Sie so, nö, aber wir spüren das und das reicht. Und das ist die Hauptsache, dass man das Gefühl transportiert. Es ist auch eine spirituale Sache. Ja. Das muss man nicht vergessen. Es gibt auch ein spirituelles, eine Power da in Alafia. Oh ja. Also, und da kommen dann die ganze, unterschiedliche Diaspora mit dieser Kraft. Man kann es gar nicht beschreiben. Nee, kann man nicht. Ich erinnere, die erste Mal, die Kinder waren da in Alafia. Ich hatte so eine Mixed Group. Und wie es war, war das so, dass die deutschen Kinder sich gefreut haben, die afrikanischen Sachen anzuziehen. Und die afrikanischen Kinder, sie mussten wir das denn anziehen. Und auf jeden Fall kamen wir da an und die haben das gespürt, dass das ist was anderes. Because Alafia is not just a show. It's not just a performance, the whole energy. You know? Wenn man der Band, Jako Wumbu, schon gesehen hat, alle sind ergriffen von der Kraft, von der Spiritualität, dieser Musik. Oh ja. Ja? Und diese Kinder, an dem Tag, wo sie alle da gespielt haben bei Alafia, war etwas anders. Die sind anders rausgegangen mit seiner Würde, mit ihrer afrikanischen Identität. Es hat was mit denen gemacht. Und immer, wenn ich sagte Alafia, dann wollten die alle hin. Wie schön. Und zum Parfum. Man darf natürlich auch nicht vergessen, also hier in der Weißmehrheitsgesellschaft, jetzt auch historisch bedingt, was ich auch irgendwie im Laufe meines Lebens erlebt habe, ist, dass oft nicht positiv über Afrika gesprochen ist. Genau. Und daher ging es den Kindern wahrscheinlich auch so, ich möchte das nicht so gerne anziehen, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen schämt oder sagt irgendwie, okay, ich möchte irgendwie eher europäischer sein und schiebe das so ein bisschen von mir weg, was super schade ist. Und deswegen sind solche Spaces unfassbar wichtig. Für die heilend, identitätsschaffend auf jeden Fall auch. Und weil wir hier in Hamburg immer davon sprechen, Aufarbeitung der kolonialen Geschichte, dann ist das echt eine Schande, dass solche Festivals nicht gefordert werden. Weil genau das meinen wir, wenn wir von Reparations sprechen. Ja, dann gehört es dazu, dass solche Festivals, besonders diese, muss gefordert werden. Gefordert werden, ne? Und sichtbar bleiben. Richtig. Vor allem auch. Und Sie, Herr Heiland? Ja, Frau Zimo. Das ist ja, im Grunde ist es eigentlich total einfach. Es bringt tierisch Spaß, mit Leuten was zusammen auf die Beine zu stellen. Oder mit so unterschiedlichen Leuten was auf die Beine zu stellen. Und was eben auch interessant ist, dass ganz viele Leute vom Anfang immer noch dabei sind. Das ist ja nicht nur so, dass das Festival sich verändert, aber es gibt eine Gruppe von Leuten, die das machen, die sind immer da. Und das Schöne ist, dann ist der Tag zu Ende, dann feiert man, man sitzt zusammen, ist hinterher voll kaputt, aber man hat etwas Tolles zusammen auf die Beine gestellt, mit Leuten zusammen. Und da interessiert es nicht, wer was, sondern wir machen ein Produkt zusammen und das machen wir einfach gemeinsam. So, und das ist zum Beispiel auch eine absolut einfache, schöne Angelegenheit. Ja, exakt. So, was gemeinsam auf die Beine zu stellen. So, so what? Was willst du mehr? Ja. Ja, was willst du mehr? Punkt. Schön. Ja, genau. Beziehung, Beziehung, das meinen wir. Diese Beziehung und die Familie und dasselbe für Händler. Die Händler, sie sind schon seit 2003 und sie sind immer noch da. Weil sie sagt einfach, das ist eine andere Atmosphäre und wir sind wie Familie geworden. Und das ist genau, was Alaphia folgt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also Gerhard, als du meintest, irgendwie viele, die am Anfang irgendwie noch da waren, sind immer noch da. Und also ich weiß gar nicht, also wo ich sowas zum letzten Mal also gesehen habe. Also sonst zerschlägt sich das ja. Es heißt ja nicht, dass man im Schlechten auseinander gehen muss. Aber jeder kocht dann irgendwo sein eigenes Süppchen oder hat irgendwo anders Verpflichtungen und dass Leute dann irgendwie noch so viel Passion haben und Lust da drauf haben. Ich finde, das spricht auch sehr für das Festival und für die Leute, die das alles auf die Beine stellen. Also da auch ein großes Lob an euch. Und natürlich auch zu sagen, dass wir auch in der Phase, wir werden immer älter, wir sind in der Phase des Hand-in-over. Genau. So, das heißt, wenn es junge Menschen gibt, die auch Interesse haben, Lust haben, dann ist es Zeit, dass sie welcome to our team und mitwirken und das weiter tragen. Weil ihr seid die neue Generation und irgendwann möchten wir die Tanten, ja, dass wir alle vier weitermachen. Sehr schön. So muss das sein. Ich hoffe, da werden sich einige melden und einige junge, engagierte Leute finden, die das dann ja die nächsten 21 Jahre weitertragen. Und so ganz allgemein, so zum Schluss, warum sind so kulturelle Festivals so wichtig? Also ob es jetzt ein Alafia ist oder was ganz anderes. Also warum ist sowas so wichtig für Deutschland, Europa, wie auch immer oder für die jeweiligen Communities auch? Warum ist das so wichtig? Es gibt unterschiedliche Gründe. Einer ist zum Beispiel hier in Deutschland. Deutschland ist nicht mehr nur weiß. Ja? Wir sind alle da. Und das ist wichtig, was du vorhin gesagt hast, die Sichtbarkeit. Dass wir, dass wir sind hier gekommen mit so vielen Werten, so viele Skills, so viele wertvolle Geschenke sogar, kann man sagen. Ja? Und solche Kulturfestivals, das ist wichtig, weil kein Mensch sollte sich schämen für seine Kultur. Genau. Ja. Weil diese Sprachen, die afrikanische Sprache ist eine tonale Sprache. Das heißt, ich glaube sogar, wenn man die hört, wenn du kommst und ein Band spielt und du die unterschiedlichen Sprachen hörst, ist das irgendwas, was gefeiert werden muss. Ja? Ja? Und diese Vibration macht auch irgendwas mit uns. Ja? Dass wir wirklich zelebrieren, dass es andere Kulturen gibt. Ja? Ja? Und gerade wegen der Geschichte, wie ich gesagt habe, ist es wichtig, dass die afrikanische Kultur, die afrikanische Kultur, ähm, seinen Platz bekommt. Und wenn ich sage Kultur, meine ich nicht nur Musik, ich meine alles, was dazu gehört. Genau. Weil es gibt schon so viele Ungerechtigkeit in der Welt, was von der sogenannten dominanten Kultur kommt. Mhm. Und es ist derzeit, dass andere Perspektive, andere, ähm, Arten, wie man, wie man miteinander umgeht, was Angelina gesprochen hat, nach vorne kommen. Und das ist dann, das ist, das ist was, das ist irgendwas, das ist mehr als nur Musik, wie gesagt, das ist wichtig, dass, ähm, die andere, die andere, der immer unterdruckt worden ist, seinen Platz bekommt. Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Und mit diesen wundervollen und sehr, sehr treffenden Worten möchte ich diese Runde hier schweren Herzens, ähm, beenden und, ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr hier wart, dass ihr so offen gesprochen habt und, ähm, auch so viel Bereicherndes mitgeteilt habt. Und, ähm, genau, ich hoffe, dass das Alafia-Festival noch ganz, ganz lange weiter bestehen bleibt und auch danke, dass ihr das, ja, die letzten 21 Jahre auf euch genommen habt und einen so großen Beitrag zum kulturellen Leben in Hamburg geleistet habt. Ich hoffe, Sie, liebe Zuschauer, fanden diese Gesprächsrunde sehr interessant, lehrreich und konnten einiges für sich mitnehmen. Und ich hoffe, dass wir Sie auf dem nächsten Alafia-Festival im Afrotopia sehen werden. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.